servus und willkommen zu einer neuen folge von dragtech 3 ja ich möchte heute in dieser folge meinen zweiten ofen bauen denn ich habe gemerkt mit dem kann man eigentlich auch richtig gut arbeiten habe auch schon einiges vorbereitet ich will natürlich euch zeigen wie das bei mir in der version funktioniert hier habe ich ein bisschen charcoal vor produzieren lassen dann schmeiße ich dann nämlich noch ein bisschen was in den kompressor dass man dann noch ein paar charcoal blöcke kriegen wie gesagt zwei habe ich schon mal vorbereitet dass da wenn was läuft gut was braucht man dafür also bei mir braucht man im pack netherbricks so die geht man einfach hin nimmt man die smeltery was das heißt ohne diesen baby hier geht auch nichts habe hier mein spirit stone liegen und dann einfach an machen und dann läuft es drüber und ich kriege meine bricks wie gesagt ich habe schon ein paar vorbereitet dass ich dann auch gleich loslegen kann so das sind jetzt drei das heißt ich brauche noch einen vier gut das ist aber nicht nur die einzige möglichkeit wie ich das zeug herstellen kann sondern ich kann auch hier reingehen und es darüber machen ich habe den vorteil dass man mehr aus den ärzten bekommt und vor allem dass es etwas schneller geht und wie gesagt das wird momentan auch noch in meinem vorgarten irgendwo hin geklatscht bis ich mir natürlich jetzt dann gab na komm bis ich natürlich dann ist das alles fertig habe ich hoffe dass noch genügend drin ist ja das reicht locker das heißt jetzt wir haben hier noch mal 31 stück ich habe mache sagen wir machen 32 dass wir eine schöne runde zahl haben so und es wird dunkel dann heißt ab ins bett so dann schauen wir mal habe ich noch sie mit bricks rumfliegen ich hoffe aber davon brauche ich nämlich noch welche ah ich beziehungsweise ich brauche einen table ich brauche einen tisch und davon brauche ich auch noch mal sechs stück die zahlkohle schmeiße ich auch mal rein das hier so klack 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 okay dann hätte ich gesagt brauche ich meine schaufel gehen wir mal hier hin so und dafür brauche ich ein 3 x 3 fällt und dann heißt es jetzt schön auslegen so den controller das heißt ich habe hier meine tische beziehungsweise nein stopp erst noch das da und das da ausheben das heißt da kommt das basen hin und da der tisch kann ich gleich auch mein ingot reinwerfen dann habe ich mal wieder ein wenig platz so und dann heißt es ja jetzt ich brauche diese vorbereiteten steinchen okay und zwar ich brauche ein controller sondern lasse ich das erstmal und 12 so das heißt jetzt klack und klack und klack so dann haben wir hier diese sie wird genau decken zu knaller okay dann braucht mir noch was wird sich mal um das ist ein sucht dac das heißt man mit diesem kann man das ding automatisieren den stelle ich jetzt mal hier auf die seite und dann zeige ich euch mal von anfang an wie man das ding jetzt komplett fertig macht so und ab jetzt hat man hier nochmal mach nochmal einen weg das heißt wenn dieses ding kommt man gar nicht mehr rein wenn er nicht aktiv ist sehr schön also das heißt wenn man dann rein geht es muss einmal so sein und dann bekommt man ein eine fläche wo die ingots arbeiten können so aber ich möchte das ding gleich mal so aufbauen beziehungsweise so vorbereiten dass man das dann auch verwenden kann in der hauptanlage wenn es dann irgendwann steht so und zwar dies dieser hier geht von der seite weg der kommt hierhin die kommen auch weg so ich weiß jetzt noch nicht mehr genau aber ich glaube applied energy stick waren immer sechs stück also das heißt ich baue mir jetzt sechs trains und ich glaube das reicht nicht was ich da heraus gelassen habe so das heißt jetzt ich kann jetzt mit diesen trains den ofen du kommst da weg so weit schon mal vorbereiten dass ich heraus ziehen kann also das heißt ich könnte jetzt wenn ich jetzt davon ausgehe 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 Sachen raus beziehungsweise reinziehen okay das heißt jetzt ich muss auf jeden fall noch mal hingehen und das ein wenig laufen lassen ich brauche auf jeden fall noch mal zwei stück davon so nochmal 1 2 3 4 5 und 6 zu machen so haben wir schon mal 12 so dann heißt es jetzt ich muss noch mal rein ich brauche einen Carpenter das wichtigste wird sein dass ich dieses ding da drüben so schnell wie möglich voll automatisier das schaffen wir vielleicht auch nur in der folge werden wir sehen werden wir sehen werden wir sehen brauchen wir auch alles da haben so das heißt jetzt ich habe hier meinen Schalter warum baue ich einen Schalter ich muss diesen aktiv laufen lassen das heißt ich brauche ein redstone signal dass der ofen läuft so und dann heißt es jetzt klack und ich habe noch mal zwei von diesen äh wie heißen die squished ducts oder sowas ähnliches soll einer einen Gesundheitsanfall kriegen oder so gut schauen alle in die richtung wie gesagt mit denen fällt man rein mit denen zieht man raus ähm wir gehen jetzt mal hin wir sehen das auch da vorne achso der ofen ist ja nicht zu darum geht er nicht an so das heißt jetzt äh ich versuche jetzt so viel wie möglich nach oben zu gehen äh toll klack hätte gesagt mache ich auch hier zu das heißt ich brauche jetzt noch mal sechs stück 1 2 3 4 5 und 6 so sieht man aber wie gesagt erst leider erst wenn ich soweit bin warum das ich so gemacht habe wie ich es gemacht habe ah ok einer ist noch drin das heißt 3 4 5 und 6 sehr schön sehr schön dann sind wir mal auf dem Weg so das baby müsste jetzt zu sein jetzt kommt man rein und ihr seht es ich habe jetzt eine kammer zweite kammer dritte kammer vierte kammer oben unten zählt nicht bis zu acht glaube ich kann man es hoch machen das heißt ich kann jetzt vier sachen gleichzeitig laufen lassen so aber wie wir es ja gesagt haben ich will das ding auch sofort automatisieren also das heißt ich muss jetzt mal rein und mir ein eine kiste holen habe ich noch eine kiste irgendwo übrig naja schaut nicht so ganz aus dann hätte ich gesagt baue ich mal schnell eine genügend material habe ich ja von allem da machen wir gleich 16 dann dann heißt es jetzt nach hinten gucken eine transfer node habe ich noch habe ich auch noch kabel hier habe ich vorne ich habe keine ahnung so dann brauche ich auf jeden fall ich nehme das mal so mit steine müsste ich hier haben habe ich gedacht dass ich sie hier habe achso die habe ich ja ja ist ja egal dann mache ich mir schnell vier klack klack und klack so dann brauche ich einen stick ich bin gespannt ob ich es noch richtig im kopf habe jawohl eine redstone glock dann brauche ich noch zwei lever warum zwei ja ich brauche dann später noch eine zweite ach mist ich habe jetzt natürlich die pipes vergessen ich großgenie mal schnell auf dem boden schweißen so lieber im bett im schlafsack schlafen brauchen wir was schönes jawohl hier habe ich noch pipes das müsste auf jeden fall reichen okay dann heißt es jetzt nämlich für mich ich schlag dich erstmal wieder weg dann schließe ich dich jetzt unten an und dann baue ich noch mein kabel und schließe es da an sehr schön okay so weit so fertig so dann gehen wir mal rein holen uns ein paar erze das heißt nämlich ab jetzt wird es nämlich so sein alle greg tech erze werde ich bei greg tech verarbeiten alle anderen erze alle vanille erze werde ich draußen verarbeiten so dann heißt es jetzt ich habe jetzt mal hier neun blöcke okay okay und dann heißt es jetzt für mich ich schmeiße jetzt erstmal etwas charcoal rein und diesen hier switche ich um äh ja ja das geht dann erst wieder beim nächsten neustart das geht mir auch so tierisch auf den zeiger okay muss ich halt warten oder es geht erst ich kann erst umschalten wenn ich ihn aktiviert habe so aber bevor ich diesen ofen aktiviere heißt noch redstone motor hin und auf on schalten dass er off ist so jetzt wenn ich diesen aktiviere seht ihr er fängt an und baut energie auf so und für mich heißt es jetzt zack zack ich schmeiße jetzt mal erz hier rein und jetzt fängt er an mit vier erzen gleichzeitig hoch zu fahren könnte man ja auch von der anderen aber wie gesagt er hat einen vorteil äh je höher dass die temperatur ist umso schneller arbeitet er okay da drin hast du halt den vorteil du hast viel mehr erze aber er hat noch einen zweiten vorteil und das wollen wir erst sehen wenn er dann ein wenig auf temperatur ist okay dann schauen wir bei den bienen mal vorbei lieblingsbeschäftigung bienen wieder rein neu reinschmeißen so bei der vergesse ich auch die ganze zeit so ein b group ist noch da das heißt ich habe jetzt wieder eine queen kann die arbeiten lassen so sehr schön dann schauen wir mal wieder zurück ob er schon einigermaßen energie aufgebaut hat so wir sind jetzt bei 416 grad wie gesagt normalerweise ich glaube 1500 so ist der dreh wo er richtig arbeitet beziehungsweise ab 1000 fängt er an die meisten ärzte zu schmelzen und ab 1500 wird halt immer schneller und je mehr ebene dass man drauf haut also das heißt die standard ebene sind 1500 das heißt untere ebene holebene oberebene sind 1500 grad dann wenn man an die zweite ebene drauf haut sind es dann 2000 grad die dritte 2500 grad und die vierte sind es dann schon 3000 grad das heißt dann in der abkühlungszeit kann er viel länger noch damit arbeiten wie gesagt je höher dass die temperatur ist umso schneller haut er auch soweit ich weiß die ärzte durch so das was ich jetzt noch brauche zum vorführen ist auf jeden fall hier in der kiste eben zwar ich brauche eisen ich brauche ins deck redstone ich brauche so viel gunpowder wie es geht 32 herzen nach einer guten zahlern und ich brauche sand ins deck so und dann heißt es jetzt für mich schmeiß dich mal da rein beziehungsweise ich brauche jetzt erstmal mein 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 buch wenn ich jetzt nur wissen wo ich meine bücher hingeworfen habe ich glaube hier ein bücher regal habe ich noch keins gebaut mighty smelting das nehme ich jetzt einfach das ist mir jetzt egal das wissen wir ja schon alles wie es geht was ich ja glaube ich mittlerweile sogar voll auswendig so das muss man einfach da reinlegen die redstone drüber laufen lassen und plopp so habe ich das buch von still working and you so das was wir jetzt sehen wollen ist er fängt an wie gesagt er baut immer noch energie auf so wir sind jetzt bei 1000 1100 grad aber jetzt fängt er an so jetzt hat er er hat jetzt drei ingots gemacht vier ingots gemacht und vier mal zwei ist acht aber hier nein sind es zwölf das heißt dieser ofen hat eine durch die höhere temperatur die wo er verarbeitet einen besseren einen besseren Grad was er aus den Ärzten rausholen kann so ich hätte es gesagt ich lasse jetzt noch eine eine Reihe durchschmelzen und dann werden wir hingehen und sofort und das geht nicht weil der den blockiert das ist gerade total mit schucke und beschissen so dann heißt es jetzt ich zudem mal aufsammeln ja und es geht trotzdem nicht klar weil er ja hier blockiert ähm zerdorf muss ich sagen zerdorf so ich hoffe dass das funktioniert dass der da unten auch arbeitet so okay dann lasse ich die nächste runde nochmal durchlaufen wenn er schon soweit ist und ihr seht er steigt und steigt wie gesagt mit dem da kann man auch reinschmeißen hält er die energielänge und äh ja äh hält er die energielänge und ich glaube er geht auch schneller nach oben so ähm ja wie gesagt kann ich dich immer noch ich kann dich immer noch nicht einstellen mache immer schon ein disconnect und wir sind auf den dingen wieder drauf und kann ich dich umschalten jawoll so und wie ihr seht wir haben hier symbole und zwar da vorne aber das kann ich euch erst zeigen wenn er durch ist in den früheren versionen konnte er das da auch rein hauen und konnte die nicht vermischt in der neuesten in den neuesten versionen geht das leider nicht mehr ich hoffe dass ich weiß nicht ob das ein bug ist oder ob das gewollt ist wenn es ein bug ist hoffe ich dass man es ähm dass man das äh dass sie das fixen wenn es eine einstellungssache ist und jemand weiß es dann mir bitte in die kommentare schreiben wäre natürlich nett und dann müssen wir kurz warten bis er das restliche kupfer rausgezogen hat so 26 stück haben wir schon gleich ist es soweit fertig ah genau dann kann ich das nochmal mit den symbolen erklären und zwar diese symbole hier im buch haben wir das auch und zwar wie gesagt erklärt er nochmal wie man diese smeltery baut ähm und dann sieht man hier man kann hier auch stahl herstellen deswegen äh auch einer meiner äh sachen wo ich sag sehr sehr von vorteil ähm und es gibt auch tanks die wo es noch dazu gibt ähm mit dem habe ich mich aber noch nicht einmal so richtig aussehen das ist aber keine richtig viel soweit ich heiß äh halten das heißt ich baue den hier so auf mit glas drumrum glas oben drüber und dann kann ich zum beispiel die schmelze drüber bauen dann kann ich zum beispiel sagen okay du füllst jetzt da rein und äh ja und dann von unten raus also richtig richtig guter mod so dann ähm brauchen wir jetzt gunpowder redstone und sand und das schmeiße ich jetzt mal da rein ja wir sind nämlich dabei das erste eisen zu produzieren so dann lassen wir den jetzt mal laufen und dann seht ihr ja gleich den unterschied so und das tauschen wir auch mal aus in die charcoal seht ihr jetzt geht das ding nicht mehr um vier nach oben sondern um sieben okay was ist jetzt der sinn und zweck dessen wie gesagt eisen stelle ich halt jetzt hier auch schneller her so gehen wir mal schnell schlafen dumm dumm nicht das hier monster rumrennen zum beispiel hexen mit ihren blöden katzen so und jetzt seht ihr ähm es ist eisen es ist auch hier eisen drin erkennt man noch nicht mehr dann kommt man auch nicht mehr hin aber er füllt sich ab hm dann müssen wir noch kurz warten bis er durch ist mit dem eisen wie gesagt wenn es dann hier durch ist sieht man auch was passiert klack und er ist fertig und er produziert mehr stahl und das ist doch mal eine feine sache das heißt jetzt kann er habe ich die nächste stufe übersprungen das heißt der bronzeofen ist der anfang und der ist der zweite wie gesagt das habe ich extra bei mir im pack so umgestellt dass man in den netter muss das heißt du musst den bronzeofen aufstellen damit du überhaupt an die stahlnuggets rankommst um in den netter zu kommen und danach kannst du erst diesen ofen bauen und einige sagen immer noch der ist zu billig aber wie gesagt ich lasse jetzt hier meine ärzte mit dem ding komplett verarbeiten dass wir dann in zukunft äh etwas schneller an die anderen materialien rankommen dass wir hier dann ein wenig drauf hauen können so wie gesagt äh ich werde dieser turm steht leider immer noch da da muss ich auch mal ins brot ist anhalten dass er den immer abreißt denn äh ja wie gesagt ich bin jetzt dann äh fang jetzt dann langsam an aber sicher dass ich dann doch ähm mir meine 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 gegend abstecke äh das problem wird nur sein äh dass ich mir erstmal aussuchen muss ähm wo ich mit was hingehe und wieso läuft hier wasser auch rein so sind das lustige werden ok so ja aber wie es aussieht also swamplant so in diesen ecke äh da rennt mir gar eine ritte hinterher willst du was von mir dankeschön so ok so das heißt jetzt äh für mich ich habe ähm und dann hier das soweit äh schon mal angefangen wie gesagt das werden wir jetzt dann auch demnächst äh ausweiten das problem ist halt nur ich habe so wenig zeit dass ich momentan dazu komme das offline zu machen und online äh onscreen weiß ich nicht ob ich es euch antun soll teilweise bin ich schon gewollt weil dann habt ihr auch wenigstens folgen weil ihr habt es mitgericht gestern gab es keine neue folge weil weil ich nichts mehr auf halte hatte und ich auch momentan noch ein paar andere projekte am aufnehmen bin und äh ja das muss ich jetzt erstmal wieder einspielen und dann hoffe ich dass das äh ja so gang und gäbe ist wie gesagt ich bin jetzt auch wieder dabei aquarium skies und äh metals äh hoch 3 weiter zu machen wir sind auch noch dabei wie gesagt eine map vorzubereiten äh wir haben äh ja einen kleinen klan bei WOT wie gesagt wenn ihr WOT Spieler seid äh schaut bei uns auf der Clan Seite vorbei äh da seht ihr welche Bedingungen das ihr erfüllen müsst damit ihr auch zu uns im Clan kommen könnt so und dann hätte ich gesagt äh war es das jetzt für die Folge wie gesagt als kleine Entschädigung dafür dass gestern gar nichts war heute mal 30 Minuten aber das ist ja auch nicht so wild so in dem Sinne ich bedanke mich bei euch fürs zuschauen und wir sehen uns dann wieder das nächste Mal bis dahin ciao